Was war, was war, was war, was war, was war, oh Gott, was war das denn, Daniel? Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde der Hunger Games. Die Runde ist ziemlich voll, wir spielen mit It's Steve. Hallo. Hallo. Und ja, ich dachte mir, ich nehme einen Blutsauger, weil... ...wir auf Wind spielen wollen, also nicht auf eine Klassenvorstellung, also die Klassenvorstellungen werden kommen, aber ich dachte, ist doch ganz schön, mal so eine große Runde auch zu gewinnen und das ist ja natürlich nicht möglich, wenn wir mit einer anderen Klasse außer Blutsauger oder Sprenger spielen. Und Steve, mit was spielst du? Magier, ganz klassisch. Ja, das heißt, wir werden uns ordentlich eingraben und ein wenig Rüstung firmen. Ja, ich versuche dich hier gerade noch zu finden, aber um die ganzen Wind haben wir das gerade hoch. Ich bin auch, ich glaube erstmal ein bisschen was weg vom Spawn. Hey, kannst du mir kurz die Koordinaten durchsagen? Ja, warte gleich, wenn ich die Kuh schlachten gehe, ok? Ja, die Koordinaten sind einmal 50 und 360, beides plus. Okay, das ist jetzt... Aber ich lauf... Ja, ich lauf weiter Richtung 400, also immer 50 und 400 sozusagen. Und 50 und 500 quasi werde ich da, werde ich irgendwie momentan stehen bleiben, glaube ich. Ey, ich renne hier vollkommen in die falsche Richtung. Ja? Ja. Ah, da ist noch eine Kuh. Aber bei mir sind so ein paar Kühe, aber nicht gerade viele, ne? Ey, ich habe noch gar nichts. Also ich habe zwei Holz. Und ein Ei. Okay, ich habe fünf Holz. Aber lauf erstmal einfach ganz weit weg. Ich glaube nicht, dass die hier uns außen direkt fokussen. Ja, ich renne zu 50, 400, wie du es gesagt hattest. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter, ne? So. Also ich grabe mich jetzt bei 96. Und 500 runter. Ja, okay, ich kann nicht rennen. Weiß doch. Egal, du schaffst es trotzdem hierher. Also müsstest du eigentlich schaffen. 50, 500. Ne, 100. Also 100 und 500. Also ich bin noch 50 Blöcke zur Seite gerannt. Ey. Ich habe mir gerade noch was zu essen geholt. Das kann ich da rein. Sehr gut. Hier ist auch noch eine Kuh sonst. Also ich habe jetzt schon fünf Rows Fleisch. Aber ich will jetzt noch nicht allzu viel Brat, also so essen. Zack. Ich hoffe mal, es ist kein Geist bei mir. Okay, es ist keiner bei mir jetzt direkt. Ja. Hauptsache du überlebst. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, versuch irgendwie herzukommen. Solange du sprinten kannst, ist ja alles gut. Ey, ich kann nicht mehr sprinten. Okay. Aber es sieht nicht so aus, wenn ich verfolgt werde. Deswegen habe ich relativ gute Chancen. Ich sammle ein bisschen Kuhfleisch. Wenn ich dich nicht sehe, bin ich im Arsch. Ey, der ist unter der Erde, also du bist... Ne, ich bin nicht unter der Erde. Nicht mehr, sage ich mal. Ach, hier sind wir zwei gewesen. Da. Da ist, da bist du. Hier, Steve. Hey. Oh. Oh, bitte. Hier. Hallo. Hi. Warte, komm hier ins Wasser. Ich glaube, hier haben wir mehr Übersicht am Wasser. Und hier haben wir einmal einen unten oben Vorteil. Boah, trotzdem was zu essen bringt. Ja, ich brate was hier mehr. Zehn. Hast du noch eine Waffe oder sowas? Noch eine Waffe kann ich dir schnell machen. Wenn du aufpasst, dass keiner kommt. Nehm ich hier was zu essen raus, damit ich wieder regeneriere. Ja, hier ein Steinschwert. Ja. Ich mach mir eine Lederkappe. Yeah. Die Lederkappe. Da kommt wer, da kommt wer. Wo? Blue Creeper kommt. Da kommt Blue Creeper. Über die Bäume? Ja, über die Bäume. Okay. Jetzt liegt er. Der Springer, glaube ich. Dann glaube ich auch. Jetzt hat er an der Seite, er hat wieder an die Seite reingebauten. Boden. Guck hinten. Hast du ihn? Ja. Der hat auch ein bisschen was zu essen. Pass auf, kommt da noch jemand? Nö. Nö, ich sehe jetzt keinen. Ja, du hast noch was essen. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was jetzt. Für uns, adi. Also warte. Hier hast du noch eine Pickaxe, aber nur aus Holz. Egal, danke. Und ein Ersatzschwert. Danke. Wollen wir noch was zusammen hier? Okay, ich habe noch drei Hühnchen und zwei Steak vom Schwein. Zwei Schnitzel. Na, ich weiß nicht, ob da hinten jemand war. Aber ich glaube nicht, das ist ziemlich weit weg von uns. So warte, jetzt bereite ich noch mal das Schnitzel. Wollen wir uns eine Höhle suchen? Ja, ne? Ja, können wir machen. Oder obwohl wir können die auch versuchen, die zu killen. Aber wir wollten eher etwas defensiver vorgehen. Ja, ich weiß. Ja, okay, so viele Leben ist auch nicht mehr, ne? Ja, deswegen, ja. Ein Team könnten wir vielleicht auch so gewinnen. Weil wir gut spielen gegen die Ballen, gegen die. Wie viel Essen hast du? Ähm, zwei Steaks. Okay, warte, dann kriegst du ja nochmal zwei. Das ist ein Apfel, okay, dann tut ihr den Apfel. Ähm, seh. Wo wollen wir jetzt hingehen? Warte, bleib mal hier stehen, dann ordentlich einen. Vielleicht ist ja schon jemand am Farm und wir können den irgendwie überraschen, weißt du? Ich habe jetzt schon welche, die sind... Ich habe irgendwie einen Leon, Ado, Zello, Nato, irgendwas. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr. Wo bist du denn, dann komm mal zu meinem Pump zurück, wo du... Da hinten bist du doch, ich sehe dich doch, du. Jetzt habe ich dich... Ein Amateur im Wasser. Ja. Okay, komm, wir gehen zu diesem Leo-Typ da. Der ist hier, der ist hier. Der ist hier, der ist hier. Dieser Leo... Ja, okay, dann. Bleib kurz stehen. Äh, wie kann das einfach zu dem rennen, der ihn getötet hat? Weil das ist ja noch ungefähr auf der gleichen Stelle. Ja, ja, aber wir sollten schon den neu rauforten. Ja, ja... Bleib kurz stehen, dann orte ich den. Jetzt habe ich jemand neues, Mikey. Ja, ich habe den, du kannst kommen. Okay. Da oben ist der, das Team. Warte, wen hast du jetzt? Ich habe ein Team geortet. Da oben, die sind da oben. Ah, das ist ein Dreier-Team. Wenn ich... Hier, komm, bleib stehen. Hey, wo läufst du lang? Du bist schon viel zu... Viel zu schnell. Das ist ein Dreier-Team, wenn ich das richtig sehe. Da einer sind Berg und zwei sind oben drauf. Ja. Hm, lass uns mal da drüben rüber gehen. Wer wollen wir jetzt angreifen, oder was? Hm, weiß ich noch nicht so ganz. Würde ich nicht vorschlagen. Die halten nicht so viele Schläge aus, ne? Und die sind Springer. Die bekommen, weil sie keinen Fall schon hatten. Ja, vielleicht können... Vielleicht können wir einseparieren, oder so, weißt du? Von unten kommt einer, von unten kommt einer. Alter, gut gesehen. Warte, ein Hit. Scheiße, kannst du boost? Nee, ich kann nicht. Ah, ich werde zurückgebackt. Pass auf, guck mal, ob die von hinten kommen. Ja, die kommt von hinten. Okay, komm mal mit. Pass auf, der kommt von hinten. Verdammt. Ja, das sind alles Sprinter. Das kann doch nicht sein. Hatte ein Hit. Oh, nein. Ja, ich weiß. Aber ich lauf auch trotzdem nicht schlecht. Kann nicht pushen mit dem Ei. Ein Hit. Nein, lauf, lauf, lauf. Warte, die... Nee, nee, alles gut. Bleiben hier. Hier sind richtig viele. Okay, lass uns die... Komm, mit. Kommst du? Ich hab jetzt gar nicht Sprinter... Sprinterdrank genommen. Okay, dann lass uns hier mal... Irgendwie am... Bach langrennen. Okay, sauber. Okay, da kommen schon gleich wieder welche. Hast du noch genug Essen? Ja, ich hab noch genug. Okay, da sind die, glaube ich, die beiden, die vom Berg kamen. Ja, okay, ich nicht. Ich kann dich verteidigen. Oh, sauber. So. Okay. Hier liegt noch ein Zaubertisch. Hast du die Sprinterdränke da genommen? Ja, ne? Ja, ich hab die genommen. Sehr gut. Okay. Keiner hat ein Eisenschwert von denen, ne? Nee. Okay. Wir müssen echt hart aufpassen. Darf mal ein Team? Ja. Ich bin mal so nett und schreibe. Ja. Okay, warte. Guckst du, ob jemand kommt? Ich sortiere aus. Ja, kann ich machen. Das ist jetzt auch das coole, Leute, an den größeren Runden. Es gibt einfach viel mehr Action. Ja. Aber darum... Also deswegen stirbt man natürlich auch öfter, viel schneller. Und so. Und, ja. Lass uns mal da aufs andere, auf dieses Ufer, denn... Ich glaub, die Gegner kommen immer von dort, von der Mitte, weißt du? Dann können wir ziemlich schnell gucken. Ich glaub nicht, dass von hinter uns einer kommt. Können wir ziemlich schnell gucken. Also dann müssen die ja erstmal über den Fluss darüber, bevor die uns angreifen können. Ähm, gehen wir dann zum Feast noch, oder? Wann ist denn das? Ja, machen wir. Muss vielleicht sein. Warte ich ein... Hast du schon Level? Irgendwie? Nee, ne? Nee, noch gar nichts. Okay, Eisen... Hast du Eisen? Nee. Warte, ich geb dir nochmal hier drei Schweinefleisch. Danke. Weil ich werde jetzt meinen Steinschwert dann enchanten. Glaube ich, ja. Ich hab ein Lava einmal. Ich glaub nicht, dass ich den brauch. Bekomm ich den? Na, ich würd' gerne Wasser reinmachen, weißt du? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, Lava ist nicht so meins. Hast du genug zu essen? Ja, ich hab noch genug, also insgesamt fünf Fleisch. Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen auf die Zombies, weil die sind irgendwie auch stark. Die sind ja nicht schlechter geworden. Okay, soll ich deinen Orten gehen? Ja. Sagen wir, wenn ne Full kommt, dann müssen wir echt gucken, dass wir da irgendwie einen Sprinter tragen. Ich hab ja auch noch einen, also ich hab auch Sprintertränke. Dass wir uns dann da einen reinpfeifen. Und du dann irgendwie vorhittest und ich dann, ähm, wie heißt das? Entweder hättest du vor, läufst dann weg. Oder ich hätte vor, dann kommst du. Oder wenn er dann immer noch nicht down ist, dann lauf, versuche ich mich in der Zwischenzeit an irgendein Mob zu heilen, weißt du? Okay. Blocks Play TV, wollen wir da hingehen? Ja, ne? Da hinten ist da hingehen. Da hinten ist einer. Hä? Da, da hinten ist er, ja. Wollen wir den töten? Ja, willst du den töten? Pass auf, jetzt ein Loch. Der hinter uns war. Oh, oh, oh. Willst du helfen? Ne, ist alles gut. Hast du den noch im Blick irgendwie? Ne, der ist hier in den Wald reingelangt. Da hinten ist der. Ich seh ihn. Aber der will doch jetzt nicht schon wieder weglaufen. Kannst du mich boosten? Ja. Ich versuch's gleich. Der läuft schon wieder weg. Oh, zurückgepackt. Oh, das war schlecht. So, dann müsstest du ihn gleich haben. Alter, der hat ja hier echt Jump-and-Run-Skills, der Typ. Und da ist ein Creeper. Ey, der hat Creeper-Spawn. Ah ja, pass auf. Uah. Scheiße. Oh, Mist. Jetzt hab ich's verloren. Ich hätte nicht gerade pusten können. Pusten. Pusten können. Eskorts war's. Ich auch. Das Lustige ist, die Zombies fokussen jetzt ihn. Bau dir ein Boot. Oder? Ich weiß nicht. Bringt das was? Sauber. Der war gut. Oh. Das war eigentlich nicht schnell. Der war eigentlich nicht schlecht. Also der. Alter. Ich wurde zurückgewackt. Jetzt müsstest du ihn gleich haben. Ich krieg ihn nicht. Meine Güte. Er ist aber ein bisschen... Nein, er stellt sich nicht schlecht an gegen Intim. Ja, aber er... Kann man nichts sagen. Ja, aber er sprintet halt... Er sprintet und springt dabei mit dem Sprinter-Tank. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Okay, warte. Ich hab immer noch den anderen auf dem Kompass. Das war ja nicht der, sozusagen. Den wir eigentlich fokussen wollten. Noch fünf Spieler laut List leben. Ja, es werden gleich die Full-Eisen kommen, ne? Da müssen wir echt... Wir müssen uns das überlegen. Weil ich... Ich überschätze mich... Also ich würde da jetzt wahrscheinlich voll rauf gehen. Also mich total überschätzen, wenn ich... Wenn da jetzt ein Full-Eisen kommen würde. Hast du eine Crafting-Vox? Ich mach kurz eine, warte. Hier hast du Schu... Obwohl du hast eine Hose. Ja, dann nehm ich kurz die Schuhe. Dann ist es... Ausgeglichen. Hast du noch genug Essen? Ich glaube, Exit ist gerade auf K. Steve? Ja, tut mir leid. Ihr dürft euch übrigens auch bei Steve bedanken, dass er natürlich so ein guter Aufpasser beim Community-Battle war. Weil er hat natürlich hier die ganzen auf euch auch aufgepasst, sag ich mal. Damit es da dann auch keine Beschwerden gibt und sie weiß. Und wenn es welche gab, hat er die natürlich dem gerne entgegengenommen. Ja, natürlich konnten wir jetzt nicht jedem erfüllen. Zum Beispiel Tino ist ja ausgetimt. Also für die Leute, die ausgetimt sind, die konnten natürlich nicht wieder rein. Weil man kann das nicht feststellen, ob man ausgetimt ist oder disconnected ist. Und da ist natürlich dann immer so ein bisschen blöd, vielleicht bauen wir das ja irgendwann mal so mit so einem Befehl ein, so dass man vielleicht Slashlockout oder so machen kann. Wie auf HG während des Community-Battles irgendwie so für 10 Sekunden. Steve, wo bist du? Äh, warte. Ich bin gerade ein bisschen entfernt. Ja, pass auf, da sind viele Mobs und so. Ja, klar. Und das sind was. Ach, da bist du. Gut. Wollen wir erstmal zum Feast, ja, ne? Ja, würde ich auch sagen. Okay, das Feast ist dann komplett nach hier. Da kriegen wir hoffentlich ein bisschen was an Rüstung und Diamantschwert oder sowas. Wäre nicht schlecht. Oh, da ist ein Creeper, pass auf. Oh, ich renne hier so richtig ungeschickt lang. Pass auf, da ist schon einer auf dem Feast, ist einer. Ja? Ja, komm mal bitte. Oh shit. Oh shit. Nein. Nein, nicht sterben, wenn du es nicht mehr schaffst. Lauf, der Creeper, fokussiert dich. So. Warte, hier ist noch Rüstung. Passt du auf, dass keiner kommt? Ja, ich gucke gerade ein bisschen rum. Gut. Ich versuche irgendwie ein bisschen Rüstung zu kriegen. Für dich, für mich. Äh, hier ist, ich gebe dir eine Hose. Ja, warte. Achso, hier. Schärfer 1. Hier, okay, hier, du kriegst noch Schuhe. Hier. Und ein Schärfer 1 Steinschwert. Dann kommt. Bitteschön. Und ja, ihr könnt mal jetzt unten in die Kommentare schreiben, welche Klasse ihr denn als... Ups, da kommt einer. Oh, 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 oh. Nimm Sprinter, nimm Sprinter, nimm Sprinter. Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, aber der ist gesorgt, der ist so schnell wie ich. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, oh, oh Gott, was war das denn, Daniel? Oh, shit. Nein, nein, ich bin auch down. Hä? Ne, das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Hä? Hä? Jetzt ohne Witz, das habe ich echt nicht verstanden, wie ich jetzt... Hä, nee, ohne Witz ist... Hä? Hä, wie hat er dich noch getötet? Junge, das frage ich mich gerade auch. Hä? Ohne Witz. Also Leute, das ist natürlich jetzt schon ziemlich fragwürdig, wie ich da jetzt gestorben bin. Junge, das ging übel schnell auf einmal. Ja, 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 aber sofort dich oder was? Ja, ich hatte einfach gar nichts mehr auf einmal. Als ich den Typ getötet habe mit der Full, hatte ich drei Herzen Minus oder so. Und dann hatte ich auf einmal gar nichts. Dann habe ich dir geholfen, da hatte ich noch relativ viel und dann auf einmal gar nichts. Na, egal, Leute. Waren gar nicht so eine schlechte Runde, ne? Ich meine, wir haben jetzt ordentlich... Wie viele Kills waren das? Sieben Kills. Und hast du auch einen gemacht, Exact? Ne, ne? Ne. Egal. Wie viel Platz? Ach so, das waren doch schon die letzten? Dann bin ich Zweiter geworden, oder was? Ja, dann bist du Zweiter geworden. Ja, Zweiter ist ja auch okay. Ich meine, es gibt Schlimmeres als Zweiter Platz bei so einer großen Runde mit über 40 Leuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt auf jeden Fall die nächsten Klassen da unten in die Kommentare, was ihr denn gern hättet. Ob ich jetzt Schütze, keine Ahnung, Gestalten, Wandler oder sonst was vorstellen soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Mitschmeln, jetzt Steve. Und... Ciao. Ciao.